Mann, 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 Leute, ey. Das ist ja der zweite Part, den ihr heute kriegt, weil, äh, äh, komm, hier, äh, äh, ich muss jetzt erstmal die Schmerzgranate auslösen hier. Oh ja, komm, jetzt spinn ich voll. Ich glaube, ohnehin ist es okay, in der Taktik aussieht, um alle reinzuknallen, was ich habe. Trotzdem habe ich das Gefühl, als wäre er ein bisschen übermächtig. Ist aber auch nicht so, dass ich jetzt hier, äh, aber ich glaube, es gab noch 50 Prozent. Ich habe auch keine Ahnung, was ich sonst machen soll. Und die Waffen, äh, machen jetzt ohnehin so den krassen Schaden, den ich, äh, vielleicht gehofft hatte. Okay. So, jetzt warte ich mal, bis er hier kommt. So, jetzt krieg ich den nochmal neben. Okay, ich will zumindest den schon mal nachschalten. Aber ich kann auch wieso nicht, weil ich hier sonst noch. So, okay. Und wieder abhauen. Aber ich habe keine Granaten mehr, keine Ahnung, ich meine, das ist echt... Das ist schon der übelste Shit. Das ist wie, als würde ich mit Papierkühnchen schießen, hier. Und so, die Lebensenergie nochmal. Sehr nice. Vielleicht gibt es auch einfach einen Trick, wo man es noch leichter machen kann, aber bin mir fast sicher nicht. Schatz. Schatz. Boah, ich kann jetzt mal ein bisschen Mutensammeln hier offensichtlich. Ja, Marketer, frischen, zang. So, was haben wir hier? Nicht stark, weil die hat 20 Schuss. Na ja, komm. Okay. Okay. Okay, 77 und hier. Okay, haben wir nochmal einen Aggressor. Okay, jetzt will Schuss. Dann können wir jetzt nochmal... ...den hier nehmen. ...durch geht's. Okay. Was ist da zu kommen? Komm. Okay. Komm, ist dazu gekommen, kriegst du noch so ein Kört, ne? Sehr gut. Hard hour. Okay. Komm, hier brauchst du auch immer. Kriegst du platt, oder? Hey, komm, erwischen sie mich alle, oder was? Das ist doch wohl jetzt hier ein Bitz schon wieder. Wieso lebt der ja nicht noch hier? Ich hab noch zwei live. Der ist aber das geilste schon wieder eigentlich. Alter, Vater, ey. Ich würde jetzt ja nochmal, äh... Nix, oder? Hey, Gott. Das ist ja schon wieder der absolute Oberbrenner hier. So, komm her. Warte, dann kriegst du jetzt hier die Dinger noch hin. Okay. Hey, ich hab doch hier fliegen gedrückt. Was ist los mit dir? Der macht mich fällig, der Binger, der macht mich echt fällig. Hier. Kriegst du den Charvinator? Charvinator interessiert ihn, oh den Scheiß. Was haben wir denn sonst noch hier? Plasmastürmer, komm. Hier waren jetzt die Granaten. Tatsächlich. Äh, so. Was soll ich hier mit dem Plasmastürmer einlegen? Direkt in eurem Auge. Kennst du meinen Brutbotschwalter schon? Wer dich hier persönlich vorführt? Schade, ey, ne? Jetzt dampft er ab. Das ist unmöglich. Ey, komm, er ballert sich wieder auf 90. Ich weiß nicht, ob ich den irgendwie unterbinden kann. Ach, vermutlich nicht. Okay, ballert schon mal rüber. Und ich sechse von. Oh, shit. So, genau. Und der Restband, Mr. Sokorn, oder was? Nee, natürlich nicht. Oh, ich will. Okay, keine Munition mehr. Okay, keine Munition mehr. Okay, nochmal wieder Aggressor. Wer ist hier mit? Okay, der ist ja echt, wie du. Shit. Wir fliegen. Okay, so. Alles da erwähnt, ja. Dann ist das so kornhabeig. Okay, warte, 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 warte. Okay. Weg hier. Halt leider keinen mehr. Okay. Ist nicht so nice. Halt leider keinen mehr. Oh, ey. Shit. Shit, 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 shit. Ach, komm. Geht jetzt hier drunter, ey. Die ganzen, die kleine scheiß Minen, ne? Das Ehr-Uner-Überlebchen. Okay. Oh, das war die letzte schon wieder. Okay. Okay. Okay, das ist eine Lebensenergie. Sehr nice. Shit. Okay. Ähm, was habe ich noch, was habe ich noch? Was habe ich noch? Granaten habe ich noch. Scherz hier. Genau. Liegen, schön kaputt machen. Sehr gut. Ey, wo ist das? Und? Jetzt packe ich hier fest. Nee. Ach, komm. Oh, ich dachte schon. Ey, das wäre jetzt übel gewesen. Okay, okay, okay. Ich sage, mein Jetpack ist mal okay. Das ist schon wieder Drecksscheiße. Ey, und wieder vorne, ey. Ich bin jetzt so richtig für den Arsch hier, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, warte mal. Das ist mir bekannt, ja. So, okay. Ah gehört von? So So, okay. Okay, wunderbar. Ja, genau. Alles klar. So, der Bart. Nochmal die hier. So. Okay. So, und rüber. Mach ich leider keinen Schuss mehr. Okay. Von dem hier. Ist da Zuckorn raus? Oh, was? So. So, und Schüssi. Oh, wie sind denn die Kackdinger von allen hier? Okay, aufwischen hier. Sonderbar. Zuckorn. Zuckorn raus. Komm, 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 komm. Der Deplanetisator dringt den Umbrissumlaufbahn ein. Auf geht's! Ratchet, du musst da sofort raus! Kistet spannend. Und das, mein Freund, ist die Geschichte meiner heldenhaften Erlösung. Ende. Wow. Was für eine krasse Geschichte, Cam. Ich habe sogar zu den Helden gehalten. Sonst hoffe ich immer, dass sie... Du weißt schon. ...sterben. Tja, sehr... rührend. Captain? Hey, Ratchet, Clank! Wie geht's euch so? Uns geht's gut. Wir sind hier, um die Schutztruppen zu besuchen. Ja, Elaris hat uns eingeladen zum Testen neuer Waffen und ähm... Ähm, du weißt schon, nur langweilige Sachen. Ähm, wie geht's dir? Super! Gut! Prima! Ja! Gefangener entkommt! Gefangener entkommt! Gefangener entkommt! Was habe ich euch gesagt? Dein Gefängnisheld, Schiff Felix! Hahaha! Bereit, Kumpel? Jederzeit! Hey, kommst du? Aber klar doch! Das war's! Das war Ratchet & Clank für die Playstation 4! Ja, äh, der letzte Bosskampf war schon echt ein bisschen crazy, oder? Also, obwohl der dann irgendwie doch am Ende relativ easy war. Man musste halt nur alles raufballern, was ging. Und, äh, ich hab mir gedacht, man musste mal die Phasen ein bisschen abwarten. Aber, gut, der war kein Phasen-Bosskampf, sondern einfach nur raufbashen, was ging. Ja, mal gucken, vielleicht mag ich zwei Parts raus, vielleicht schneide ich eh ein paar zusammen, äh, und den letzten und, äh, den vorletzten und letzten, aber, ach, ihr werdet's ja sehen. Und wenn, dann kriegt ihr auf alle Fälle zwei Parts an jedem Tag, weil, was soll's, ne? Gut, ja, vielen Dank für die Einschalten, es hat mir auf alle Fälle sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich, äh, verstehe jetzt den Reiz des Ganzen, ähm, mit Ratchet & Clank. Ich fand's super nice, super geil, und, äh, ja, kann ich nur jedem empfehlen, sich das Spiel zu holen, nachzuholen, äh, das selbst ein bisschen mal zu spielen, äh, sofern er Bock hat, und, ja, checkt auf alle Fälle mal die anderen Sachen auf unserem Kanal ab. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, vielen Dank für eure Unterstützung, vielen Dank, dass ihr das möglich macht, was ihr möglich macht. Ich bedanke mich bei euch, das war die Freunde.